Der verheerende Anschlag in Barcelona sorgt weltweit für aufrechte Anteilnahme. Internationale Twitter- und Facebook-Posts sprechen der Bevölkerung Spaniens Mut zu. Die Europäische Kommission setzt als Zeichen der Solidarität die Flaggen auf Halbmast und schreibt, wir stehen hinter der Bevölkerung Barcelonas und Spaniens. Auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker tweetet, Aus den USA erreicht dieser Twitter-Post die spanische Bevölkerung. Die Vereinigten Staaten verurteilen den Terroranschlag in Barcelona. Wir werden alles Notwendige tun, um zu helfen. Bleibt stark, wir lieben euch, schreibt Präsident Donald Trump. Doch auch die österreichische Politik spricht ihr Mitgefühl aus. Bundespräsident Van der Bellen postet einen Kommentar auf Facebook und bringt seine Erschütterung über die Geschehnisse zum Ausdruck. Christian Kern und Sebastian Kurz wünschen den Betroffenen und ihren Familien viel Kraft.